Und läuft! Ja, ja, ja! Hier sind Murat und Oktay Inanc Özdemir aus Kreuzberg. Ganz aktuell. Heute ist der 29.11.2017 und wir sind gegen Mobbereien. Mobbereien sind scheiße. Mobbereien sind schlimmer als offene Wunden. Denn die Narbe vergeht nicht und bleibt tief im Kopf sitzen. Wir sind gegen Mobbing. Oktay Abi. Zivilcourage beibehalten. Danke.